Jetzt, Trenntanz Flossdance. Lassen zwei Sechsjährige die Internetstars Lisa und Lena alt aussehen. Ihr zwei könnt abtanzen. Das Flossdance-Duell. Mia und Pia sechs Jahre behaupten, wir machen in einer Minute mehr Flossdance-Bewegung als die Internetstars Lisa und Lena. Mia und Pia sowie Lisa und Lena haben eine Minute Zeit, so viele Flossdance-Bewegungen wie möglich zu machen. Dabei werden die Bewegungen der Zwillinge am Ende zusammengezählt. Das Zwillingspaar mit den meisten Wiederholungen gewinnt. Mia und Pia beginnen. Klein gegen Groß, auf, los geht's, los! Zeit läuft. Und richtig. Jawohl. Und noch mehr Gas geben. Richtig. Feuer. Sehr gut macht ihr das. Es sind noch 45 Sekunden. Nicht den Rhythmus verlieren, deswegen gucken wir auch nicht, dass es synchron ist. Weiter, weiter. So, noch 30. Könnt ihr nochmal richtig zulegen. Und weiter geht's. Noch 20. Und noch mehr Applaus für unser Publikum. Wir tragen euch. Jawohl. Und im Sport. Mia, Pia, noch ordentlich noch die letzten Sekunden. Jawohl. Super macht ihr das. Und die Zeit ist oben. Bravo. Ihr habt das super klasse gemacht. Boah, ihr wart so schnell. Das seid ja ein bisschen außer Atem jetzt, oder? Was meinst du, wie viele Freundinnen und Freunde, eure ganzen Mitschüler, die haben euch jetzt alle die Daumen gedrückt. Und da sehen wir nochmal, guck mal, selbst in der Zeitlupe sieht das noch schnell aus. Da kann der Johann Lafer sich das nochmal gut anschauen. Da gibt's bestimmt auch ein YouTube-Tutorial, Johann, wo man das... So, und das waren insgesamt, wir schauen mal auf die Wiederholung. Und jetzt kommt Lisa und Lena. Und jetzt kommt Lisa und Lena. Ich krieg mal hin, oder? Wollt ihr die Jacke anlassen, oder ist das wie ihr wollt? Das passt, das passt. Alles gut. So, und jetzt? Du zählst ein, wenn es eins geht. Ihr gebt euch selber ein Kommando, wann es losgeht. Auf los geht's los. Drei. Aber die müssen natürlich auch sauber ausgeführt werden, die Bewegung. Oh, 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 oh. Die geben ja Gas. Mal gucken, ob sie das vom Tempo überhaupt so durchhalten. So, es sind noch 30 Sekunden jetzt. Und schön weiter sauber in der Bewegung bleiben. Oh, das wird auch hier ganz knapp. Und auch... Komm mal mit rüber, ihr beiden. Ui, 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 ui. Komm, wir kommen zu euch. Das war ja voll. Das war ja zweimal Spillingspower hier. Komm, wir gehen auch noch mal hier oben auf unsere schicke Bühne. Habt ihr das gesehen? Das war ja auch flottes Lottchen hier. Auf wenigsten Seite... Darf ich mal ganz kurz hier hängen die Arme über? Auf wenigsten Seite ein bisschen außer Atem. Du, wenn man sogar eine Minute schon lange... Ja, guck mal da. Aber sehr gut und sehr sauber ausgeführt. Lange Zeit war es ja auch synchron, aber das kann man natürlich nicht ganz eine Minute durchhalten. Jetzt müssen wir mal aufs Ergebnis gucken. Wie viele waren es bei Lisa und Lena? Mia und Pia haben 80. Lisa und Lena waren bei knapp ein bisschen mehr zu zweit. Aber wir sind ja auch ein Stückchen größer. Bei 94. Ich weiß ja so. Aber ihr habt das so schön gemacht. So toll gemacht. Wir sehen ja nicht mehr ein bisschen. Ihr seht das natürlich. Vielen Dank, Elona. Vielen Dank, Tina. Amen.